Was klappt meine lieben Freunde? Hallo und herzlich willkommen zum neuen WoW Gold Guide. Mein Name ist Zeltas oder einfach nur Marc und heute meine Freunde muss ich mit euch über eine Webseite reden, die eigentlich fast schon wie ein Goldmaking Cheat ist. Ich rede natürlich von TheUndermineJournal.com. Das ist die Seite, die ich jetzt schon seit Jahren verwende, dauerhaft wirklich für meine Goldmaking Tätigkeiten benutze und jetzt schon gefühlt tausendmal in meinen Goldmaking Videos auch referiert habe. Ich benutze die Zahlen davon ständig als Referenz für meine Angaben und diese Seite ist einfach unglaublich. Im heutigen Video möchte ich euch deswegen einmal zeigen, was genau diese Seite so unglaublich macht, denn ich habe jetzt schon mehrmals unter anderen Videos gelesen, dass viele Leute gar nicht wissen, was TheUndermineJournal.com ist und damit einhergehen natürlich auch die unglaublich krassen Funktionen, wenn es in Richtung Goldmaking geht. Deswegen, das schauen wir uns heute auf jeden Fall an, aber bevor es richtig losgeht, meine Freunde, eine kleine Ankündigung in eigener Sache, also in YouTube-Sache, sag ich mal. Am Dienstag, dem 16. Februar, startet die Road to 60 mit dem René von Freeload Inc. Ein paar, die vielleicht schon länger auf dem Kanal mit dabei sind, wissen, in welche Richtung es in etwa bei unseren Road to 110 und 120 Folgen ging. Es ist so eine Art Leveling-Podcast, sag ich mal, in dem wir recht aktuelle News von WoW halt besprechen und teilweise uns auch einfach über manche Gaming-Themen allgemein auskotzen. Das verpackt mit ziemlich viel Lachen und ziemlich viel Spaß, also ich muss sagen, die Road-Folgen waren, beziehungsweise sind jetzt wieder ziemlich mein Lieblingsprojekt immer auf diesem Kanal. Es macht einfach Spaß und deswegen, meine Freunde, schaut auf jeden Fall am 16. Februar hier auf dem Kanal vorbei. Da werde ich die allererste Folge mit dem René hochladen und sein Kanal ist jetzt auch der allererste Link oben in der Videobeschreibung. Schaut da auch vorbei, wir werden die allererste Folge auch aus seiner Sicht einmal hochladen, also gebt dem Jungen einfach mal Support, der jetzt auf jeden Fall verdient. Wird richtig geil und bevor ich noch weiter um den heißen Ball rumrede, kommen wir mal zurück zum Thema TheUndermineJournal.com. Ich stelle es euch jetzt erstmal vor. Und das, meine Freunde, ist TheUndermineJournal.com. Und bevor ich euch die wirklich krassen Funktionen dieser Webseite zeige, zeige ich euch mal eine ziemlich praktische kleine Funktion nebenbei. Wir aktivieren das dunkle Theme, weil das helle Theme ist so hell ohne Scheiß. Das brennt einfach eure Augen weg. Das ist doch mal um einiges angenehmer, oder? Finde ich auch. So, wie ihr seht, auf der allerersten Seite gibt es schon tausende Sachen zu sehen. Hier links beispielsweise eine sehr interessante Sache für uns. Die WoW-Marke, zur Zeit bei 175.000 Gold. Eigentlich ein ganz akzeptabler Preis, aber das Interessante ist wirklich, wie ihr hier seht, ihr habt hier oben eine Auswahl von verschiedenen Servern. Jeder von uns spielt hier auf einem anderen, deswegen klicken wir da mal drauf. Ihr seht hier eine richtig große Auswahl zwischen den verschiedenen EU-Realms. Das gleiche gibt es auch natürlich für die US-Realms. Und ich persönlich spiele hauptsächlich ja auf Frall auf der Horden-Seite. Das wissen wir mittlerweile schon ein paar. Und deswegen gucken wir uns auch mal die Preise für das Video hier einfach mal auf dem Server an. Wenn wir jetzt mal hier unten links schauen, sehen wir häufigste Items und potenzielle Schnäppchen. Diese Funktion kann recht praktisch sein. Ich persönlich benutze die nicht so wirklich häufig, aber man kann vielleicht so eine kleine Übersicht bekommen, was vielleicht im Auktionshaus ist, was für euch interessant ist. Und dann vielleicht auch noch unterm Normalpreis natürlich ist. Aber wenn wir jetzt mal auf die rechte Seite hier schauen, diese Schnäppchen-Funktion gibt es tatsächlich auch hier, bei den ganzen verschiedenen Reitern, die ihr hier sehen könnt. Gehen wir jetzt mal auf Schnäppchen, dann sehen wir schon einen ziemlichen Haufen an Items. Also hier sieht man wirklich alles von Rüstung und Waffen, teilweise noch hergestellte Rüstung und so weiter und so fort. Also das ist in Rezepte unterteilt. Häufige Rezepte, nicht so häufige Rezepte, Consumer Bates und so weiter und so fort. Ihr könnt wirklich eine Übersicht zu tausend verschiedenen Schnäppchen in Anführungszeichen haben. Ob es wirklich Schnäppchen sind, müsste man dann wirklich ein bisschen recherchieren. Beispielsweise hier diese Leichtkehl-Harnisch, wie ihr seht, hier zurzeit auf 555 Gold gedroppt bei mir. Durchschnitt 2,2 und regional 22.000. Müsste man halt wirklich mal schauen, ist das ein Schnäppchen. Aber wie man das macht, das zeige ich euch gleich erst. Wir gehen erstmal zurück. Eine viel interessantere Sache sind beispielsweise die ganzen Übersichten zu den Berufen. Schmiedekunst, Lederverarbeitung, Schneiderei, Kräuterkunde, Bergbau, Kirschenrei. Alles, was ihr wirklich euch irgendwie erdenken könnt, berufemäßig, seht ihr da rechts aufgeführt. Diese Übersicht ist wirklich die Funktion, mit der ich sehr, sehr viel in meinen Videos arbeite. Beispielsweise habe ich ja mal in einem Video darüber geredet, wie die Kräuterpreise zum Beispiel zurzeit in Shadowlands einfach immer weiter droppen und wie low die teilweise schon sind. Hier geht ihr dann einfach rechts auf den Reiter Kräuterkunde, klickt drauf und zack, ihr habt halt schon eine Übersicht zu jedem Kraut. Oder was auch immer. Hier sehen wir beispielsweise alle Kräuter aus Shadowlands, die Witwenblüte, Markwurzel und so weiter und so fort. Dann, was halt unglaublich praktisch ist, ihr seht den aktuellen Preis. Also das ist der niedrigste Preis, zu dem es zurzeit im Auktionshaus ist. Dann der Durchschnittspreis, der sich glaube ich aus den Daten aus den letzten paar Wochen und Monaten errechnet. Ich glaube aber in dem Fall eher 30 Tage. Nagelt mich nicht drauf fest. Es ist auf jeden Fall ein sehr praktischer Durchschnitt. Man kann sich da wirklich sehr gut orientieren. Und wie ihr seht, es gibt die Übersicht auch für BFA und so weiter und so fort. Also es ist super praktisch. Gehen wir jetzt mal von dem Fall aus, dass wir uns zum Beispiel den Preis von Nachtschatten wirklich mal im Detail anschauen wollen. Dann, ganz einfach, geht auf den Nachtschatten, klickt drauf und ihr kommt in eine wunderbare Übersicht. Und im ersten Moment mag das euch vielleicht ein bisschen überfordern. Da sind wirklich super viele Daten zu sehen. Aber wir schlüsseln jetzt erstmal die wichtigsten Funktionen Stück für Stück auf. Hier oben links seht ihr eine grobe Übersicht über die aktuellen Daten vom Nachtschatten. Auf frei beispielsweise befindet sich der Preis zurzeit bei 40 Gold 95. Das ist immer so der billigste Preis, der zurzeit im Auktionshaus ist. Dann gibt es einen Medianpreis für meinen Server, der bei 42,91 liegt. Ein Durchschnittspreis und so weiter und so fort. Und interessanter ist natürlich der Preis in Bezug auf den EU-Raum, weil der uns gute Zahlen gibt im Durchschnitt bzw. im Median. Wenn es darum geht, Daten von Low-Pop-Servern und High-Pop-Servern zum Beispiel auch nochmal mit unter einen Hut zu bringen. Hier seht ihr, er berechnet einen EU-mittleren Preis von 60 Gold, 33. Das heißt, um jetzt beispielsweise eine kleine Schlussfolgerung zu ziehen. Frall liegt gut 20 Gold unter Median. Das heißt, Nachtschatten ist wirklich so um den Dreh goldmäßig was wert, aber weil Frall halt ein relativ gut besuchter Server ist, ist der Preis natürlich etwas niedriger. Es gibt mehr Leute, die zocken und es gibt natürlich auch mehr Nachtschatten dadurch auf dem Markt. Gucken wir jetzt mal nur ein bisschen weiter runter. Sehen wir die Momentaufnahmen und diese bieten schon eine sehr gute Orientierung, wenn es darum geht, okay, wie hat sich das Item innerhalb der letzten zwei Wochen verändert? Preislich gesehen und auch bei der Menge. Der blaue Graph, den ihr hier seht, der spiegelt die preisliche Entwicklung wieder, wie hat sich das preislich innerhalb der letzten paar Tage entwickelt? Und der rote Graph zeigt wiederum, wie viele Nachtschatten es denn da zur Zeit im Auktionshaus gab. Und oft kann man schon anhand von dieser Entwicklung sehen, wie sich Menge und Preis beeinflussen. Wie ihr seht, teilweise sieht man auch schon Tendenzen, wenn es weniger Nachtschatten gibt, dann spiked auch der Preis. Und das kann natürlich auch andere Konsequenzen haben, Leute, die Nachtschatten vielleicht rauskaufen oder im umgekehrten Fall, die haben ganz viele Nachtschatten und dumpen das alles ins Auktionshaus. Das heißt, die Menge spiked, der Preis sinkt dabei und so weiter und so fort. Sehr interessante Tendenzen, die man schon von dieser einfachen Grafik erkennen kann. Und scrollen wir nur ein bisschen runter. Da sehen wir schon direkt meine Lieblingsfunktion und zwar die tägliche Zusammenfassung. Diese zeigt wirklich die tägliche Zusammenfassung, grob gesagt, seitdem es dieses Item gibt. Es gibt hier wirklich einen Zoom, der euch das sehr erleichtert, mal in verschiedene Teilaspekte der Preisentwicklung zu schauen. Beispielsweise sehen wir uns jetzt einfach mal die letzten zwei Wochen an oder wenn wir halt einen Gesamtüberblick haben wollen, wie er sich der Preis für Nachtschatten entwickelt. Dann gehen wir beispielsweise einfach mal auf alle und zack, seht ihr es. Nachtschatten hat mal mit einem astronomisch hohen Preis angefangen und Wahnsinn, es geht halt einfach immer weiter runter, wie ich euch auch damals in dem Video erzählt habe. Und ihr könnt einfach von Punkt zu Punkt gehen und da seht ihr natürlich auch diese kleine schöne Übersicht, wie sich der Marktpreis entwickelt hat, der Regionalpreis in Relation dazu und dann auch die Menge und so weiter und so fort. Also unglaublich praktische Funktion, wenn ihr einfach diese Preisentwicklung haben wollt, um dann noch Tendenzen zu erkennen. Es ist ja immer wichtig, eine Übersicht zu haben, wie hat sich dieses Item entwickelt, lohnt sich eine Investition und so weiter und so fort. Das ist jetzt natürlich Nachtschatten, den gibt es noch nicht so lange, wie ihr seht, das ist seit im Prinzip Shadowlands Release. Wir schauen uns jetzt gleich mal ein interessanteres Item an, was es schon viel länger gibt und dann seht ihr mal, wie so eine Preisentwicklung wirklich über Jahre aussehen kann. Und hier sind wir wirklich bei einem All-Time-Klassik, dem Arcan-Kristall, der kommt ja wortwörtlich aus Classic. Ein Item, was über sehr lange Zeit einen sehr stabilen Preis halten konnte, einfach aufgrund des Nutzens, den dieses Item hat. Arcan-Kristall bzw. der Arcan-Kristall sind für sehr viele Sachen zu gebrauchen, aber das ist ein komplett anderes Thema. Ich will euch ja einmal die tägliche Zusammenfassung zeigen zu diesem Item, was halt schon sehr lange existiert. Wie ihr seht, man sieht hier schon eine tägliche Zusammenfassung übers Jahr. Der Preis hat sich relativ gleich gehalten. Wie ihr seht, die Schwankungen auf Freil sind immer zwischen knapp unter 350 Gold bis ein bisschen über 600. Also es schwankt aber so, der Durchschnitt ist immer so um die 400 bis 500 Gold. Das ist jetzt wie gesagt die Übersicht für ein Jahr und jetzt schaut euch mal an, dieses Item wird schon sehr lange verfolgt. Wir schauen uns jetzt mal die Preisentwicklung für alle Jahre an. Und holy shit, ist das ein Haufen Daten. Ihr seht, die Preisentwicklung ist super interessant. Seit 2014, ich glaube da waren so die ersten Daten geführt davon, gab es einen stetigen Anstieg im Prinzip von diesem Preis. Man hat angefangen bei ca. 20 Gold und es ist einfach immer weiter hochgegangen. Wie ihr seht, es ist wirklich von Tag zu Tag. Es ist Wahnsinn. Und im Endeffekt befinden wir uns jetzt bei einem Preis, der so zwischen 400 und 600 Gold wie gesagt ist. Man sieht, Anfang 2020 war der Preis teilweise ein bisschen höher. Der Regionalpreis ist angestiegen auf fast über 1K. Das hat meistens mehrere Faktoren. Es gibt immer diese Hype-Items, die gerade durch, weiß ich nicht, Streamer oder Goldguides, was auch immer, gepusht werden. Und Akkarnkristall bzw. Akkanidbaran gehörte da auch regelmäßig zu. Wenn ihr eine grobe Übersicht haben wollt, wie sich der Preis entwickelt, ist natürlich diese Übersicht über mehrere Jahre viel zu viel. Man erkennt nicht wirklich haargenau was. Deswegen, in so einem Fall lohnt sich meistens die Übersicht im Vergleich zum letzten ganzen Jahr. Und hier seht ihr natürlich, der Preis ist relativ stabil geblieben. Es gibt diese Auf und Abs. Es gibt natürlich auch Trends nach oben. Aber das liegt dann natürlich in eurem Ermessen, was ihr wirklich mit den Daten anfangen wollt. Was macht diese Seite so unglaublich stark fürs Goldmaking? Naja, es ist einfach diese unglaubliche Menge an Daten. Historische Preise, aktuelle Preise, die ganzen preislichen Entwicklungen. Ihr könnt wirklich jedes Item zum Vergleich anschauen. Ihr könnt damit auch teilweise Ideen sammeln, was ihr vielleicht gerade im Goldmaking machen wollt. Ich persönlich gehe beispielsweise gerne mal so in den Reiter Kräuter rein oder auch mal Erze, um einfach mal Ideen zu sammeln. Okay, was könnte ich jetzt vielleicht gerade farmen? Oder ich habe gerade ein Item, was ich sehr interessant finde. Beispielsweise irgendwie glorreiche Beinplatten oder was weiß ich. Und da wollt ihr einfach mal eine Übersicht haben. Okay, wie viel ist das eigentlich wert? Wie viel ist das historisch gesehen wert? Und so weiter und so fort. Und damit könnt ihr einerseits potenzielle Schnäppchen finden. Ihr könnt euch angucken. Okay, ist dieses Item wirklich so viel wert, wie es da gerade steht? Oder lohnt es sich das zu kaufen? Und so weiter und so fort. Ihr könnt einfach super intelligent im Goldmaking reagieren. Es ist ein unglaublicher Vorteil zu den Leuten, die diese Seite vielleicht nicht verwenden. Und ja, meine Freunde, das war TheUndermineJournal.com. Wirklich meine Lieblingsseite, wenn es ums Goldmaking geht. Einfach nur unendlich viele Vorteile, die diese Seite hat. Nutzt es aus. Ich verlinke sie euch natürlich unten in der Videobeschreibung auch. Wenn diese Thematik euch wirklich interessiert, schaut da rein. Guckt euch mal ein paar Items beispielsweise an und nutzt diese Seite. Es gibt so viele Daten in einer sehr übersichtlich komprimierten Version. Es ist einfach, wie gesagt, ein Cheat fürs Goldmaking. Aber, falls ihr noch kein Abonnent von diesem Kanal hier sein solltet, meine Freunde, dürft ihr das natürlich auch noch sehr gerne nachholen. Ich würde mich wirklich darüber freuen. Euer Support in den letzten Videos ist wirklich Wahnsinn. Ich glaube, mit der ganzen Road-Sache können wir noch eine richtig coole Sache, auch ein bisschen Out of Goldmaking dazu starten. Ich würde mich deswegen sehr über euren weiteren Support freuen. Wie gesagt, falls ihr noch kein Abonnent sein solltet, holt das sehr gerne nach. Und falls euch das Video im Allgemeinen gefallen haben sollte, dürft ihr natürlich auch noch sehr gerne einen Daumen hoch da lassen. Und folgt mir auch auf Social Media und vor allem auf Twitch.tv slash SettersGamingForLivestreams. Ich habe tatsächlich in den letzten Tagen auch mal gelivestreamt. Wahnsinn, ich weiß. Und das wird jetzt definitiv auch nochmal öfters vorkommen. Und joint auch meiner Battle.net Community und auch meinem Discord-Server, wenn ihr rund um den Kanal immer auf dem neuesten Stand sein wollt. Links dafür gibt es natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, was auch immer meine Freunde. Tschüss und haut da rein. Tschüss und haut da rein.